Moin 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 ihr Lieben und willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit dem Lamborghini Murcielago LP640 auf Monza. Mit einem Time Trial bei dem General Racing bald wieder der stellste ist. Und während er eine 1.50.1 gefahren ist, reicht uns auch schon eine 1.53.4, um binnen der Goldzeiten zu sein. Und mal ganz kurz schauen. Oh, diese Air Intakes, die ausfahren, die sind super super cool. Alter, man sitzt unglaublich tief und nah am Lenkrad. Und ich bremse super spät. Okay, das war schon mal kein erfolgreicher Anfang. Ja, wir müssen mit dem Sport-Medium-Reifen hier auskommen. Wir haben Allradantrieb in diesem Auto. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das Beschleunigen eher weniger ein Problem sein sollte. Wir probieren es mal ohne Traktionskontrolle. Okay, der ist aber sehr schwammig. Der ist sehr, sehr schwammig in der Kurve. Der AV-12-Motor hier. Wunderschöner Sound. Dreht bis 8.5 hoch etwa. Monster mittlerweile hier mit der leicht umgebauten ersten Schikane. Wird man jetzt am Wochenende in der Formel 1 sehen. Ich schätze auch mal, sehr in der Formel 1 hat man auch das Time-Trial hier auf diese Strecke gepackt. Wobei man sonst gerne einen Daily Race in der Formel 1 Kalenderwoche auf der entsprechenden Strecke immer gemacht hat. Das nächste Wöchse ist aber in Mount Panorama. Let's go, let's go, let's go. Oh, das ist der Kreische von diesem Auto. Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Okay. Bremsen sind ein bisschen strange. Allgemein muss ich halt sagen, ich finde den Lamborghini Musterlago ist sehr, sehr schön. Ein sehr geiles Auto. Ich muss aber sagen, bei manchen Interieurentscheidungen bei Lamborghini bin ich nicht so ganz d'accord. Ich glaube, die aktuelleren Huracan-Lenkräder finde ich nicht so ästhetisch. Habe ich letztens auch mal die Galado-Sitze gesehen. Die finde ich auch ein bisschen komisch. Allgemein wirkt das manchmal halt ein bisschen klobig. Lass mal die TC an, mal gucken, ob die überhaupt eingreift. Nö, nicht wirklich. Kann man hier ja sogar im Zweifel drin lassen. All righty. Oh mein Gott. Ey, schon wieder zu spät gebremst. Huiuiuiui. Ja, ist natürlich auch immer eine Ungewöhnung. In Gran Turismo fährst du oft mit Rennwagen und dann bist du mal mit dem Straßenwagen unterwegs und plötzlich, bam. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Okay, nochmal. Also merke, Dave, in der schnellen Runde musst du hier deutlich früher bremsen, weil du da schneller ankommst. Selbstgespräche helfen meist weiter. Okay, das war viel zu früh gebremst, glaube ich. Oh, das war aber gut gecuttet in der ersten Kurve. Nicht sicher, ob da der erste Gang nicht doch besser gewesen wäre. Und ich glaube, hier innen bleiben ist insgesamt irgendwie smarter. Normalerweise will man ja ein bisschen die Kurve breiter machen, aber ich glaube, da kannst du innen anfahren und einfach innen bleiben. Ah, das war okay. Hat die Traktionskontrolle sogar mal kurz eingegriffen. Keine Ahnung, ob die wirklich was bringt. Okay, das war besser. Ungefähr bei 200 Meter Bremsen. Ich muss halt auch sagen, das Force-Feedback ist so viel leichter als bei Rennwagen. Krass. Oh nein, zu spät, oder? Nee, 150 Meter passt. Ich glaube, so eine 1,53 reicht für die Gold-Zeit, aber da sind wir noch nicht ganz. Wir müssen eine bessere 53er hinlegen. Ich glaube, ein Ticken früher schalten, als ich es mache, hilft hier. Also die erste Kurve nicht so gut gecuttet. Aber dafür ist so viel schneller durchgekommen. Krass. Also beim Anbremsen sind sieben Zehntel gewonnen. Das ist schon heavy. So. Ungefähr bei 200 Meter. Boah, das war wieder gut. Also nach anfänglichen Einstiegsschwierigkeiten, muss ich sagen, finde ich jetzt gerade auf Anhieb sehr viel Zeit. Oh, wieder nicht zu spät. Hm. Oh. Bisschen weit rausgekommen. Hm. Ja, hier im 4. bleiben. Ja, ich habe gerade beim Anbremsen sehr viel Zeit im Vergleich zu diesem Versuch hier gut gemacht, aber... Ja, jetzt kam hier nochmal ein bisschen Zeit beim Äxte draus. So. Vielleicht kriege ich jetzt das Beste aus beiden Welten. Vierzehntel langsamer. Beim Anbremsen. Immer noch anderthalb bis zwei Zehntel hinterher. Boah, der letzte Versuch war richtig gut. Die zweite Schikane hat gut gepasst. Wo genau kann ich jetzt auf Zeit rausholen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Hier ungefähr bei 200 wieder bremsen. Oh. Oh. Immer noch sechs Zehntel hinterher. Hm. So weit. So weit. Das ärgerliche ist, dann ist auch die nächste Runde gleich mit ungültig. Boah, ich würde schon gerne 52er Zeit fahren. Dann ist man sehr safe. Aber wir haben auch erst zehn Minuten in diesem Timetrial verbracht. Das passt schon. Das passt schon. Tobey katsch. Tobey. 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 Boah, boah. 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 Boah, boah. Boahy. ich habe vorhin einfach zu spät hochgeschaltet an der stelle das hat jetzt besser gepasst ja ein etwas schnellerer erster sektor das ok ja das war viel zu spät viel zu viel zu viel zu spät spät das ist das ding wenn du ein auto fährst oder eine fahrzeugklasse quasi hier fährst und bei straßenwagen ist eigentlich jedes auto schon eine eigene klasse dann weiß man halt nicht wann musst du hier bremsen das ist jede kurve speziell alter schon wieder viel zu spät nicht gut also ja 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 und schon wieder zu spät gebremst alter das ist auch echt also es ist anstrengend vor allem du musst jedes mal wenn du dich verbremst die runde neu starten von ja quasi dem anfang dieser gegengraden vor der parabolika kurve die mittlerweile alboretto um benannt wurde nachdem ex formel 1 fahrer oha da durfte man viel katten und das passende hochschalten beim raus beschleunigen hat mir jetzt quasi einen leichten vorteil noch gebracht ja ja jetzt du 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 ok nach der zweiten les muss immer noch knapp hinterher aber so viel ist es nicht hier bin ich vor dem fünften gegangen das machen wir jetzt mal nicht ganz weit rechts bleiben schön die kurve breiter zu machen er geht das gar nicht ganz gut verlassen wieder funktioniert die lüftung sogar bei dem ghost krass hoher auf den letzten meter noch ein bisschen zeit gefunden mit 21 da muss auch ein bisschen was her drei zehntel sehr schön boy das muss ich jetzt nur noch irgendwie sicher überbringen sauber fünfzehntel oh mein gott jetzt weiß ich die karne war hammer noch besser als vorhin übrigens oh gott die runde ist noch gültig nicht so weit rausgekommen in lesmo 1 lesmo 2 7 gott vier zehntel vergeben locker fünfzehntel alles ist weg und nein guck mal wie viel ich hier katten darf doch eine menge oder auch okay da war ich ein ticken zu weit draußen okay also ich sag mal mit dem wissen was ich jetzt habe und wenn ich so hinbekomme wieder und 52 ist safe drin sogar sagen so was für 52 5 oder so ist machbar okay der exit aus der letzten kommen war nicht so gut wie der für die letzte runde schikaner 1 war katastrophal das war auch nicht gut viel zu spät gebremst linie so ganz notdürftig nur noch hinbekommen es ist natürlich positiv dass ich trotzdem in sommer noch schneller bin als die bisherige festzeit aber da fehlt noch eine menge fünftzehntel fünftzehntel sehr schön okay jetzt glaube ich sogar dass noch mehr zeit drin ist in der runde also askari habe ich vorhin auch nicht so gut gemeistert okay viel zu vorsichtig gewesen beim anbremsen alter falter es ist die 52er zeit alles was jetzt kommt ist bonus da ist aber noch so viel zeit drin in der runde okay auf geht's kurz vor 200 zu spät okay komm ich will eine richtig schöne runde noch haben ich glaube unter 52 5 geht noch das kriege ich noch hin ich werde es jetzt nicht auf biegen und brechen versuchen aber okay ganz weit außen ich hoffe dass es eine gute antwort für die neue runde jetzt ist erste schikane gut oh nein zweite schikane nicht so gut schlechter noch als im letzten run krass ok 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 also noch vor dem schild muss ich bremsen für die zweite schikane das ist ungewohnt ok also das wichtigste hier ist glaube ich wirklich die bremspunkte passend zu erwischen also auf geht's kurz vor 200 meter muss ich hierfür die erste schikane anbremsen es war ganz gut ein ticken früher bremsen und rechts den körb mitnehmen das wäre glaube ich noch besser gewesen so vor 200 meter eigentlich doch bremsen oder und es war ganz gut so ordentlich zwar gut vor 50 meter noch bremsen rein in die kurve aus beschleunigen das passt auch bisher sehr sehr schön aber ich hätte noch später bremsen können eigentlich alles passt schade in askari wieder sehr vieles verloren so und jetzt kurz vor 150 meter mit 52 8 immer noch ok next try also Kurz vor 200 Meter bremsen Ein Zehntel beim Anbremsen verloren, das passt schon Das holen wir hier jetzt alles wieder raus, oder? Na, geht Schön innen bleiben Da holen wir auch ein bisschen Zeit drüber raus Das sah sehr schön aus Guter Exit Mit Zehntel hinterher Eine Zehntel Bisschen was in Ascari rausgeholt Jetzt muss ich schauen, dass ich in der letzten Kurve noch Zeit rauskriege Mal später gebremst Dreizehntel Das ist auf jeden Fall die Vierer jetzt Sehr schön Ui Und die 73 ist auch noch Teil der Zeit Das finde ich doch schön Also Sehr, sehr schönes Time Trial Eine 1,52,4 Interessante Bremspunkte, die man da treffen muss Und 2,11% zu Der Bestzeit von Jedha Ja, das geht schon Eine Sekunde Puffer Ich glaube, damit kann man leben Und Ladies and Gentlemen Wenn euch diese Episode gefallen hat Dann lasst kein Däumchen, dann lasst kein Abonnenten Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Grampus 2.7 Bis zum nächsten Tschüss 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 Tschüss